Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Portal 2. Wieder mit der Stadt ist der Nero. Hallöchen, Servus. So, wir sind ja immer noch am Knöbeln. Ah, warte mal. Ich habe eine Idee. Pass mal auf. Oh, du hast eine... Ah, guck mal, das könnte man... Ah, ah. Oh, er hat eine Idee. Pass auf, ähm... Wie hat man das gerade? Genau, 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 genau. Wie habe ich das jetzt gemacht? So, pass auf. Ich zeige dir das. Lass bitte den Portal so, wie es ist. Macht gar nichts. Jetzt machen wir mal den Dings da hinten rumdrehen. Schnell, schnell, schnell. Scheiße, jetzt war es zu spät. Ah, so hast du das. Ah, okay. Ah, ne, da unten ist, glaube ich, auch noch ein Schalter. Ich kann es wieder ausmachen. So hast du das gemeint. Okay. Ja, du musstest dann über den Dingern am besten ausscheiden. Ah, dass man sich quasi dann wegbomben damit. Hallo, bist du? Irgendwie. Muss man nur sagen, wann? Äh... Jetzt? Ah, genial! Genial, Onkel. Mach mal der Portal weg. Ah, das so. Genial. Ja, jetzt können wir eigentlich rüberspringen, oder? Ach, Gott, bist du so klasse. Oh. Wie die durch die Kante geflogen sind. Klasse. Bist du drüben? Äh, ich bin drüben, ja. Ganz schön drüben. Ich hab dich, äh... Ich bin rübersprungen. Ah, okay. Äh, ah, 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 ah. Ganz kurz, so. Momento. Klappt das? Das werden wir gleich sehen. Ich glaub's nämlich nicht. Doch. Jo! Oh, nee. Ich bin wieder auf der Seite. Aber ich hab ne andere Idee. Momento. Könnte sogar klappen, ja. So, da oben ist ein Portal jetzt. So, quer rüber. Kommst du da hochgesprungen? Reicht nicht ganz, ne? Nee. Ah, guck mal, aber warte mal. Kannst du denn... Nee. Außer wir gucken, dass wir hier noch... Warte mal, man kann doch hier, warte mal. Warte mal. Wo ist denn das Fenster hier markiert? Weiß ich nicht. Ähm, was wären eigentlich... Was wäre eigentlich... So. Was du da ganz nach oben fliegst und dadurch mehr Schwung bekommst? Ja. Ich mach mal hoch. Wo bin ich ganz oben? Sagt mal, hier hab ich... Was für ein Fenster? Das Gelbe, ne? Nee, das Rote. Das Rote hast du hier unten unter mir. Du musst jetzt das Gelbe sitzen. Aua. Hätte aber fast funktioniert. Oh, nur fast. Das ist weh. Ich glaub, das tut mir leid. So. Ah, klar. Okay. Ich, ähm... Du fliegst ja ganz nach oben. Und ich mach da drüben das Portal hin. Und dann fliegst du mir hier rüber. Und dann mach ich dir da das Portal hin. Und dann fliegst du da auch rüber. Kannst du da gar kein Portal hinsetzen? Da oben ein Portal hinsetzen? Achso, ja, mach einfach, was du denkst. Ich hab da einfach mal mit mir spielen. Ich spiel so gerne mit dir. So, ganz an der Rand. So. Äh, warte, du hast... Achso. Achso, dann machst du dort ein Portal. Ja, klar. Yeah, ich bin drüben. Hey! Jetzt muss ich das gleiche ja mit dir machen, ne? Warte. So, ne? Dann... ... ... ... ... ... Wo hattest du das nochmal hin? Äh, jetzt hast du den Dings... ... jetzt hast du aber die Wand zugemacht. Das ist korrekt. Hm. Gibt's bei dir nicht irgendwie... Ich mach mal, was ist denn das hier für ein... Warte, ich guck mal. Wie war das Schiff? Kann ich... Ne, äh, wie war das? Wie konnte ich das so gucken? Oh, jetzt kann ich... Ah! Äh, hat eigentlich schon gereicht. Nein, pass auf. Wie viel rüberkommt zu mir. Ich glaub, das hat gereicht, oder? Wie viel rüberkommt zu dir? Ne, aber warte mal, bleib mal lieber an der Stelle. Bleib mal lieber an der Stelle. Ich guck mal. Nicht, dass wir hier wieder alles verbauen und dann... Guckst du bei mir zu? Ich weiß nicht mal wie. Wie war das war? Mit Schiff, äh, mit Tablet. Umschalt. Umschalt, ah. Ja, kannst du rüberkommen. Juhu! Weil ich hab nämlich der oben Schalter ausgelöst, da kam die blaue Flüssigkeit runter. Ah! Boing, boing! Coole Sache. Bapiii, bapii, bapii. Haha, geil. Wuiiii! Oh, der kommt der anflogen. Boing! Ich nicht, die Tür sollte sich öffnen. Oh! Okay. Hallo? Gehört die Kamera zum Schloss? Ich nicht. Böde Frage. Böde Frage. Äh, wollen wir nicht verarschen? Boah, hier sind ja auch zwei Türen. Nicht aufgeben. Hier, aber hier, hier auch. Ach so. Ja, nicht aufgeben. Was ist mit der Kamera? Weiß ich nicht. Kannst die hauen? Haut die mal. Der Mechanismus erkennt, dass ihr keine Menschen seid. Was hast du gemacht? Orange, mach dasselbe wie Blue. Da hast du irgendwas gemacht. Du hast gewunken, oder? Böde. Blue, was hast du gemacht? Orange, mach dasselbe wie Blue. Ja, 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 das Problem ist doch, dass ich nicht, äh... Macht doch mal etwas typisch Menschliches. Warte mal, genau. Warte, wir machen was typisch Menschliches, und zwar... Das. So, haben wir typisch Menschliches gemacht. Hast du mich gerade geknüttelt? Oh. So, wie geht's das? Geschafft! Ihr habt's geschafft! Das Testen hat sich gelohnt! All diese Testsubjekte! So viele Tests! Die Wissenschaft dankt euch! Genug gefeiert! Es gibt noch mehr Arbeit! Nun zur Wissenschaft! Was zum... Wir wurden verarscht! Wir wurden verarscht? Na klar, jetzt haben sie neue Testsubjekte und nichts mit retten! Wir haben uns wirklich verarscht! Sehen wir die Akten ein! Kein Teamplayer! Was ist das? Soziale Inkompetenz ist undiszipliniert! Sind die Figuren irgendwelche bekannten? Oder ist das jetzt einfach... Ist das jetzt hier einfach... Decredits? Ich weiß es nicht! Das könnte Decredits sein! Also die ganzen Entwickler und so! Aber ab und zu ist cool, wenn der so... Sie pünktlich! Sie pünktlich! Ja, ich glaube... Ich guck gerade... Es gibt da irgendwelche bekannten Figuren vielleicht von uns auch dabei sind! Gerade wie... Half-Life hier oder Ding! Gordon Freeman oder? Ne Gordon Freeman! Häufiges nicht erscheinen! Wie ein Figuren aber... Ja das sind jetzt! Ich denke aber das sind vielleicht Anspielungen auf die Entwickler selbst! Das kann sein, ja! Flampig! Hm... Unsicher! Zauderer! Jetzt... Haben wir jetzt die... Kröptisch! Haben wir das jetzt geschafft? Immer zu spät! Geiler Art! Einfach zu spät! Also ich denke mal, dass wir es geschafft haben! Ich denke auch mal, dass wir es geschafft haben! Hallo! Immer schlecht gelaunt! Bin ich das bei... Bin ich... Bei... Bin... Bei dir das ich oder du? Also ich bin der Orange bei mir gerade! Okay, mach's auch! Ich glaube das war's! Wir haben es wirklich geschafft! Cool! Na ja, machen wir das jetzt! Wollen wir... Noch... Workshop-Inhalte mit Konflikt drüber! Ich denke mal, dass wir auf jeden Fall uns eine andere Workshop-Teile auf jeden Fall noch machen werden! Ne? Nein! Wir wollen halt auch gerne... Aggressiv! Das mag ich! Das mag ich! Genau! Das mag ich! Genau! Wenn ihr irgendwelche gebastelt habt hier im Vorto 2 oder noch basteln wollt, gerade um uns hier rauszufordern... Schadenfreude! Dann... Schickt uns das einfach! Würde uns auf jeden Fall freuen! Kein Selbstvertrauen! E-Mail oder schreibt es in die Kommentare, wie das Ding heißt! Oder... Ja, wie gesagt... Per E-Mail! Stehen in der Viz-Beschreibung... Sie stehen in der Viz-Beschreibung... Bei mir auch! Ja! Bei dir auch, ja! Wir können doch hinschreiben! Und... Da könnten wir dann den Workshop-Inhalt noch weiter zacken! Auf jeden Fall! Wegt Lippen beim Lesen! Nein! Echt? Analfabet! Analfabet! Mike Spelzer! Analfabet! Okay! Ja! Genau! Kein Mitgefühl! Ich hab keine Lust, dass wir jetzt hier irgendwas verpatschen! Deswegen... Ich hab ja... Ich hab mal die Gefährt jetzt schnell durchlaufen, ne? Bei wie vielen Minuten sind wir denn? Wir sind jetzt bei 13 Minuten 47... Naja, da war doch Zeit... Aber meint's wirklich das jetzt, äh... Weiß es nicht! Wo liegt das Problem? Keine Ahnung... Man kann jetzt aber auch nichts klicken, ne? Schwarzseher! Wann kommt der noch was? Brandstifter? Brandstifter? Weiß es nicht! Überzieht Mittagspause! Hehehe Ignoriert aktuelle Aufgaben! Hehehehe Nicht mehr lange! Haha! Okay, das ist glaube ich eine Mitarbeiterbewerbe! Das ist zu bisher, genau! Ja, okay! Gut! Gut, das reicht zur Akte der ersten Person! Sehen wir uns noch andere an! Gut! Okay! Geil! Da haben wir ja Kühlschränke in den Trech! Ja genau! Hallo! Hihi! Ach, das ist der Singleplayer-Riko! Wir sehen uns noch die ganzen anderen! Voice recording! Inflation! Nicht egal, dass wir jetzt wissen was ganz genau ist in den Kredits! Ja! Ja! Special thanks to! Alienware! ACHI! Dell! Fertil North West! Hevok! Zemgrey! Jamie Hunstern! Kommt das jetzt mal? Nasa? Was? Photocritic? Ah! Hast du die Erde gesehen? Welche Erde? Thank you! For practical... Practical... Intis! Ja! Juhuuu! So meine lieben Freunde! Ja! Damit würde ich sagen ist der Koop-Modus durchgespielt! Und wir werden uns jetzt die nächsten Wochen damit beschäftigen noch ein paar Workshop-Inhalte zu zocken weil das Spiel macht echt Laune! Das ist echt... Megacool! Aber sowas von! Da sagst du was! Ich hab irgendwie... Ich hab irgendwie... Dass die da noch irgendwas haben... Danke, dass Sie die Tests abgeschlossen haben! Wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie nun die Teststrecke Ihrer Wahl wiederholen! Ah, jetzt können wir nochmal alles wiederholen! Okay! Ah, cool! Ja! Wir haben es geschafft, liebe Freunde! Der Koop-Modus ist sozusagen durch! Portal 2... Die Story zumindest neigt sich jetzt dem Ende zu! Und wie gesagt, wir machen noch ein paar Workshop-Inhalte! Wenn ihr irgendwas habt, was ihr selber hier schon drinnen gebastelt habt, oder was hier irgendwo rumlummern und weiden des Workshops, dann sagt uns Bescheid! Wir werden das dann zocken! Wenn ihr uns hier mal herausfordern wollt oder sowas, wir werden das zocken! Der Möller zum Beispiel, das hat schon Möller aus unserer YouTube Germany, der hatte auch schon mal angefangen was zu basteln! Die werden wir bestimmt auch noch machen! Und ja, da würde ich sagen, freue ich mich schon drauf auf die Workshop-Inhalte! Wir sehen uns dann auf, ja, beim nächsten Part, nächste Woche wieder! und bis dahin erst mal Tschüüüüüü. Tschüüüüß.